Jetzt kommt ihn keiner geil. Schleckt das Blut auf. Leute, redet! Unterhaltung! Blablablabla Ey, da waren gerade so Frommys und so, weißt du? Das war doch so clever. Ich war jetzt hier voll konzentriert, weißt du? Ja, ey, ja. Ich dachte, du biegst gleich ein, wie kann man sich dann konzentrieren? Wir bleiben hier, oder? Ich wäre jetzt gleich hingedacht, ich kann das meine daneben lassen, also ich kapiere. Braucht fast ein Magazin mit der MP40. Ich weiß nicht, ob ich hier noch schaffe oder so. Äh, Leute, Munition wäre aber auch langsam nicht schlecht, ne? Ja, du kannst die Munition für 500er kaufen. Wenn du die MP40 hast. Hast du ja. Oh, geil, 8000. Acht. Jaja. Okay, also die YouTuber werden nicht verstehen, wieso Acht und so. Wieso Acht und so. Und meine, die klingt fast. Ich bin General Aide und ich und Tim. General Aide und Tim. Boah, vielleicht 10.000. Ihr habt ne Granate. Sinnloser weiter dagegen und werf sie gegen ein Brett. Und die spielt raus. Geil. Gehen wir gleich weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich bin der gar nicht da. Ja, ich bin der. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab nur noch 6 Schoße in der MP40. Ja gut, dann muss ich mir Muni drauf. Ja, dann hol die Muni. Der MP40 ist nice. Hat viel Muni. Ei, Atombombe. Deutsche Qualität. Äh, nix. Hier brauchst du nichts einsetzen. Muni, Muni, Muni. Helft mir, helft mir, helft mir. Keine Muni mehr. So, ich hab auch keine mehr. Ich hab auch keine mehr. Ich komm nach oben, ja. Okay, letztes Mal ganz schön, das warf. Letzter, letzter, letzter. Nicht Atombombe nehmen, nicht Atombombe nehmen. Okay, gut. Gut, weiter renn. Äh... Ich brauch Muni. Ich öffne mal, ne? Ich hab genug. Du hast... Ja, du bist hier. Du musst da... Geld. Oh, keine Kiste. Machen wir auf und dann, äh, Strom an. Jugga! Pisse! Auf euch zum ersten Jugga. Jugga. Ja, ich auch. Hat Priorität. Jo, ja. Jo, geh ich auch. Aber reicht noch so ne Kiste dann. Oh, oh. Nimm die Scheiße jetzt, man. Gluck. Hallo. Ex. Wer nimmt das nicht? Affi! Affi! Jetzt bin ich. Affi. Oh, was mach ich? Scheiße. Wall. Wall. Nichts für dich. Du kostet jetzt 950. Ich hatte gedacht... Oh, oh, oh. Ich geh auch gleich mal an die Pfanne. Armbrust. Nee, Armbrust. Hilfe! Randeck! Affi! 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 Herzlichen Glückwunsch! Affi! 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 Ich geh mal einen. Der Anfass soll mit aktiviert. Die Plattform! Ich mach das! Herzlichen Glückwunsch! Du hast noch einen Dhargonov! Ja, ich kieg Python, Dhargonov oder Makarov oder so. Oh ich zinn noch einmal und dann lass ich die Plattform. Loll, Loll, Loll! Oh, wow! Achtung, Tim! Tim, Tim, Tim! Und darf ich mir nehmen? Kann ich ja gar nicht fangen. Gut, äh, wieder die Taktik da, wisst ihr? Ich war jetzt noch jemand im Anfangsraum, war jetzt jemand im Anfangsraum. Ich, ja. Soll ich hier hingehen? Alles noch hier? Ich geh auch hier hinten hin, tschüss. Und hier tschüss, da hinten, auch immer da hinten bleiben, ja? Ja. Läuft schon. Ey, ich muss mich auf euch verlassen, Leute, ne? Fertig, ja. Sagt Theo, ich gebe nichts. Ja. Hahaha. Alter, ich habe Hunger. Hahaha. Jetzt geht's los. Hahaha. Hahaha. Ey, noch nicht auf die Zombie schießen, ja? Schwächer. Ne, war ich nicht. Alter, sieht voll geil aus. Wie du mit den Spiels. Ey, da kommt ein Stinker. Ja, lass sie doch. Da kommt auch ein Stinker. Lasse da bei dir. Lasse muss den Eingang nehmen als der andere. Was macht ihr? Ich stehe in der Ecke, dumm rum und gucke mir zu. Ja. Ja. Ich weiß da ein Arzt. Würfe ich die jetzt abknallen, Tim? Ich baller sie einfach ab. Ich komm zu euch und baller sie ab. Baller alles vor, was ihr habt. Alles. Alles. Aufhören, aufhören, aufhören. Und stören weg, dem E-Memore. Na, er rennt hier im Kreis. Hm. Ey Leute! Leute, wir sind weiter als letztes Mal. Oh, ich dachte, wir können nicht rausstehen. Weiter als letztes Mal. Hät sich ein Glück, man. Mal gucken, den Stinker da lassen. Der kommt dann direkt auf uns zu. Ja, ey. Ich find's was nicht. Ey, aber nicht immer auf Stinker schießen, weil die Stinker hinterlassen hier dann ihre Fürze. Ja, ja. Duft, ihre Fürze. Duft, ihre Fürze. Mensch, wir kommen lassen auf uns nicht fahren. Ja, baller auf die Tommy drauf. Das ist der geilen Volltreffer! Das war krass. Ach du, da kommt einer. Ah, Doppel! Noll. Okay, äh. Waren das jetzt alle, oder sind noch welche übrig? Alter, das waren alle. Ich brauche langsam Munition und die, ey. Den, ich würde gerne mal an die Kiste gehen. Kurz, ne? Ey, jetzt werden sie 16. Ey, das ist noch Stinker. Wer kommt mit an die Kiste? Ja, ich weiß. Ja, lass den am Leben. Ich geh nochmal an die Kiste. Okay, mach du zuerst danach ehrlich. Ich ziehe jetzt wieder eine Python oder Drangunauf oder einen Armbrust oder so. Oder einen Glower. Ein Weißfinker. Ich bring den hier um. Tötet einen, der andere bleibt noch leben. Dann sagst du dich doch auch nochmal. Ich kümmer mich aber mit Waffen nicht aus, ne? Ihr müsst mir sagen, ob die gut ist. Oh, die auch gleich, man. Ja. Lol, der Stinker möchte nicht. Ich pass auf deine Waffe auf, Sascha. Du wirst dich besser um. Toll, die geilste Waffe auf der Seite. Ey, hör, jetzt zieh ich hier. Pass hier ziehen. Teddybär. Ja, lol, das ist so klar. Ja, ich hab auch nichts bekommen. Lasse, nur weil du die ganzen Scheiß-Waffen siegen musstest. Ja, und? Na, deine Kack-Waffen haben und hat uns den Trip versaut. Alles deine Schuld. Wo sagt ihr? Ja, doch, glaub ich auch. Oh ne, in dem fackigsten Raum, der... Ey, da müssen wir die ganzen Türen außenrum öffnen, weil wir die Tür ja nicht öffnen wollen. Ja. Wo seid ihr denn? Heißdreck, Mann. Ich hol mir neue MP40-Munition. Da seid ihr. Jo. Ah, der Hammer nicht kommen, ich brauch auch unbedingt welche. Boah, fack, jetzt muss ich pissen, ey. Ich hab echt... Naja, bei mir geht's eigentlich. Ja, geh kurz. Ja, geh kurz. Aber ich schau noch mal welche. Ja, ich nehm hier MP40 und dann hau ich ab. Keinen Spaß! Boah, ich bin da kurz pissen, ne? Ja, versteck dich aber. Also stell dich nicht aufs freie Feld, das wär cool. Ja, läuft. Das wär... Ja, bei mir. Ja, dann lock den Mather so rum. Dann lock den Mather so ein bisschen weg. Geht schon. Okay, ja. Bis gleich. Ey, ich geh auch kurz pissen, ja? Lachen. Ja, okay. Die Stelle wird besonders spannend jetzt. Scheiß Stinker, ey. Jetzt muss ich den auch noch lenken hier. Ja. Immer mit den Gleichberechtigten spielen. Voll. Oh, ich spiele auch mit ihm. Ich spiele auch mit ihm. Hallo. Ah, Mann, helf mir mal. Willst du mein Freund sein? Fuck. Hallo, du Riesackleiner. Ich mach mal das Loch hier zu. Ja. Er will mit mir spielen. Nein. Nein, total. Loll. Oh, fahr. Huuu. Spiele mal kurz mit dem. Ich mach mal hier alles. Hört sich irgendwie komisch an. Spiel nur mit ihm. Ja, mach das mal. Wie machst du alles zu? Ich möchte auch Geld haben. Oha, Leute. Ich hab überlebt. Wie krass. Natürlich hast du überlebt. Ja. Wo seid denn ihr? Seid ihr immer noch mit dem super tollen Rauf? Ja. Ich hab immer noch. Ich möchte immer noch spielen. Eigentlich möchte er eher meine Haut von meinem Gesicht reißen. Aber spielen trifft es eigentlich auch. Gut. Gehen wir da. Bleiben wir hier? Oh, ich geh. Soll ich den töten? Soll ich den Stinker umlegen? Tim, Tim. Machst du hier wieder deinen Warp oder nicht? Ja. Soll ich ihn umlegen? Ey, wenn Hunde kommen, dann gehen wir in die Ecke hier, wo Till und Sascha immer chillen, ne? Ey, Leute. Hallo. Soll ich ihn umlegen? Dann gehen wir zu Jugger wieder. Okay, gut. Sascha. Ja, leg ihn um, oder? Ja, gut. Dann gehen wir zu Jugger noch, wenn Hunde kommen. Sascha. Sascha. Ein. Aus. Größeres, Sascha. Ich möchte aber kuscheln. Ah, komm her. Komm zu Mama. Oder kuschle mit Till. Ich dachte du wärst'n Mann. Äh. Okay, Tim, okay. Hast du uns sowas verheimlicht? Eine Kuh auf Skiern. Muschi. Und der Pussy. Aber immer noch Tills Lieblingswitz. Was? Was ist rosa und dumm? Ein Flamongo. Ein Flamongo. Loll. Weg da. Loll. Oh, fuck. Toll. Bin ich blind. Ein Flamongo. Warte. So ein Junge geht zum Arzt. Ja, ich krieg meine Fort nicht zurück. Ballert drauf, ballert raus. Ja, die verleiht man auch nicht. Verstehst du den? Noll. Stinker. Ja. Ja, der hat alles was ihr habt. Ja, das müssen wir erstmal sehen. Ja, das müssen wir erstmal sehen. Das müssen wir sehen. Das ist so für die. Das ist so für die. Aber warm. Digga. Stinker tot. Stinkt mich grad hier alle zu. Da ist noch einer da rein und dann ist gut. Wir kommen gleich auf mein Käppchen vorbei. Herzlich. Die Zombie. Oh, Alter. Oh, fuck. Ja, ich war im Plan so als Zombie. Ja, Mann. Voll geil. Ja, Mann. Das hab ich neulich wieder getalkt, ey. Das ist so geil. Ey, das ist irgendwas. Insan-Kill. Alle auflösen, alle messern. Lasst, die Herren auf uns gehen. Du 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 du. Ey, lass mal ein Stinker am Leben. Ja, der liegt. Okay. Alle, komm noch mal. Das ist so wund. Oh, das kommt ja nach. Äh, da kommt noch ein Stinker hier. Ich glaub, das ist der letzte, ne? Okay, instrument ist weg, ne? Nein Nein, leider, jetzt sind sie weg Komm, wir gehen mal zur Kiste wieder, oder? Weil, wenn ihr dann gute Waffen habt, dann könnt ihr die auch tanschen Ja genau, und ich hab grad nur ne M9 und die immer noch hier plötzlich Wo ist denn die Kiste? M9 ist ne CZ Äh, hier kann mal einer öffnen, ne? Oh, what the fuck Bleib mal hier unten, da öffnet einer Ja Öffne ne Teure Jetzt öffne die und ich öffne die Teure, 2250er Ich hab die eben geöffnet Ja, jetzt einer von euch Sascha, ich würd sagen du Wo denn, welche? Komm mal, wo bist du? Der ist doch noch schon Die hier, die hier Okay Kann man sich dann auch die Hunde kaufen hier Ja, stimmt So, okay Wie ne Kiste? Mann, hieß keine Kiste Ich mach gleich den Song an, ja Achso Der Elbys first Nein, den fielen 10 Punkte, dass ich nochmal ziehen kann Ja, dann bauen wir einen Eingang zusammen Oh, super geil Herzlichen Glückwunsch Schicke einmal mit deiner CZ ab, nur einmal Jetzt bin ich, jetzt bin ich Ich hatte noch gar keine Chance Dann komm runter Hab ihn Ich bin, nein, nein Geh weg, alter War das jetzt meine? Und zwar dein Zug Herzlichen Glückwunsch Ich bin die Thundergun Mann, ich krieg du Scheiße in dieser Kiste, Mann Ich krieg echt noch Scheiße in der Kiste Wie hatte ich das letzte Mal war? Thundergun Ich krieg immer nur Kack So, mal sehen, was ich kriege Chill, du musst einfach bewerten, ich kenn mich nicht aus Warma's Warma's, meine Ach, hier, ja Ich bin eine volle Ladung Ja, dann bin ich danach Ey, der Stinker, ich verweist da dieser scheiß Stinker, Mann Jaaaah, Dicke Nice Ey, jetzt komm ich wieder da, oder Python, oder... Pass auf Ich werd so lachen Ich werd so lachen Au Au Es ist selbstverständlich Ja, siehst du Das brauch ich nicht Er folgt du kleiner Scheiß Stinker Nur Scheiß Ich komm nur Scheiß Du bist 1 gegen 1, also kriegst du es hier Komm Viel Spaß Er folgt immer Sascha Warum mag der mich? Er mag Böcke Please, please, please Dann geht er zu Sascha Ah, was hält ich Ah, Junge Wie brauchst du den? Wie brauchst du den? Geh zu unserer Stelle Geh zu unserer Stelle Geh zu unserer Stelle Boah, wie ich's grad gelagged Irgendwie hab die grad ein bisschen gelagged Aber wir haben eine super gute Verbindung Geh zu unserer Stelle Okay, tschüss Tschüss Okay Was willst du auf unserer Stelle? Was ist das hier? Guckt bei der Kiste Und dann geht in den Raum Doppelfeuer, mal Spier Ja, im Anfangsraum Ja? Ja Was ist hier? Oh Achso, ja, ich komm auch nochmal ganz kurz, ja Guck mal, ich guck mal Ey, kommen jetzt gleich Hunde, ja, oder? Ja, glaub schon Ja, ich glaub auch Aktivier dann gleich den Raum Aber ich komm erstmal nochmal, äh, links Kauf doch, kauf doch die Kiste im Anfangsraum Wollt ihr nicht kaufen? Wollt ihr nicht Kiste? Ich hab null Wollt ihr? Ich hab äh, noch 100, äh, noch 1700 Ich hab 2150 Wo ist denn das Teil jetzt? Anfangsraum Im Anfangsraum oben Ah, okay, nice Gut, noch nicht töten den Stinker, ja? Ich bin an die Musik Okay Nikola gekauft Oh, nice, man Was? Raygun Raygun, wer? Ich Till, nice Komm her, nigger, Jacky Till, Till, du musst bewerten Ihr müsst bewerten Oh, lol Oh, HK Nice Hier, hier Warte Weitpack Gut, ähm Ja, gut, geht zu unserer Stelle So Ey, wenn Max Ammo kommt, immer warten, bis ich alle meine Affen werfe, ja? Seine Affen Das ist so geil an ich werfe meine Affen Hehehe Gut, ähm Ja Wir sind da, ne? Jetzt geht's los Jetzt kommen Hunde, oder? Das schmeckt, oder? Äh, ich hab gesagt, dass du uns am Rauch Nein, egal Oh, jetzt bin ich euch hinterher gelaufen, ey Ja, ich auch Ich glaube, jetzt bin ich euch hinterher gelaufen Ich auch So, ich hab meine Musik an Ich mag ja gar nicht Der Stecker versperrt den Weg Ich spiel's noch raus Ah Ich hab ja Ich was zum Hunde kommt Nein, bleib mal hier Ja Oh, jetzt ist grad wieder richtig dunkel mein Bildschirm Ist wahrscheinlich wieder ein Bähmchen rausgegangenes Kabel, ja Ist ja ziemlich dunkel, aber... Ich hab ja richtig dunkel Komm Hunde Schlache Jo 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 Freig schrümpe Huuuuh wieder alles können Ja Die geht weiter vor weil wir mit der Raygun, wenn wir schon da dran machen wir uns selber schaffen Läuft gell, voll lauft Nachlassen. Okay, das ist ja okay. Oh, wie geil das ist. 6 Emo. Nein. Du bist tausend Meter. Tausend Meter. Ey, ich stand hier. Ich stand hier und das Max Emo war hier. Das ziehst du immer ab, ja. Und du standst hier und du so, Max Emo, aah. Ey, geil. Hast du nicht mal gesehen, Mann? Ja, ich aber nicht. Ey, du bist nur unter der Stelle, ne? Ich sag zu Max Emo, ich lad's noch nach und der sich bringt einfach rein. Ja, ich auch. Ich lass alles Emo rein. Ich hab's gar nicht gesehen, Jörg. Ey. Oh, Leute. Ja, ich hab's gar nicht gesehen. Sie mit your eyes, my eye on your side. When no one's alive. Back and white. Ach, komm. Ach, was machst du da? Oh, komm. Ich hätt auch ein bisschen rum. Geht so langweilig. Schlinger. 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 Was ist eigentlich in dem Raum hier hinter mir drin? Das könnte schön punchen. Ja, aber gut. Schlinger. Ich hab ja nur ne scheiß NP-40. Wär ich immer nur Drago noch oder Blüthunk-Sieger. Ja, also damit kann ich das machen. Gut. Schieß auf die normalen Songs. Bitte nicht auf die Stinker. Ja, alles. Weil wir das jetzt auch kontrollieren können, wa? Ja. Das größte Teil schießt auf den Kopf. Ja. Ja, genau. Lol, was? Lol, lol. Da hinten hieß... Es geht jetzt halt hinter mir. Ja, da steht da vorne auch zöhnisch bei euch. Du hast deine doppelt Fuste. War ja heim. Wie ihr rein? Gar nicht. War ja nicht. Ich hab ja nicht. Du warst das alles drauf, was wir da haben. Es sind double-Fußen. Ich hab das gar nicht.